Hört auf! Bitte, lass mich in Ruhe! Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Okay, ich spule das mal eben vor, bis ich die Base wieder gefunden habe, ne? Oder ist es hier direkt? Nee. Gut, dann spule ich das eben vor, ne? Also bis gleich! So, ich spule doch nicht vor. Ich habe gerade mal in einer anderen Aufnahme nachgeguckt, wo der Spot war. Wir müssen doch da gehen. Scheiße, Mann. Wir werden natürlich hoffnungslos überrannt. Ich laufe mal und baller mir einen Trank. Oh-oh! Wow! Jetzt haben wir los! Aha! Und hier sind wir. Hier zwischen ist es. Ich glaube, das ist unser Turm. Ja. Gut. Das bedeutet ja... Oh, da ist das unser Turm. Moment mal. Es müsste... Ja, ich muss von den Astrolands abhauen. Ich spring mal kurz hier oben auf die Felsen. Ich weiß, die können den zerstören, aber... Wow! Nein, nein, nein! Hui! Oh-oh! Oh-oh! Energieschild! Nein! Scheiße! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Nein! So! Scheiße! Schon wieder zerstört! Die Drüder-Scheiße! Die bringt mich gleich um! Ah! Nein! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Scheiße! Ich habe so eine Angst! Sie kommt von ein zu ein! Also klar, scheiße! An der Abend! Ah! Mann, ey! Na gut! Ja! Toll! Das ist ja wieder super gelaufen! Oh Mann, ey! Okay! Ja! Und jetzt... Jetzt speichere ich mal das Portal ein, damit das nicht nochmal passiert. Äh... Scheiße! Schon wieder ein zweites Mal gestorben! Das ist richtig ärgerlich! Aber gut! Ab nach unten! Wir ballern uns sämtliche Nahrung rein! Wir ballern uns sämtliche Tränke rein! Theoretisch könnte ich das vorspulen, aber... Ich glaube, das wollt ihr nicht verpassen! So! Rein damit! Salat! Dann... Ausdauer! Feuer! Heilung! Doch! Sollte passen! Und ab nach oben! Und hindurch! Ja! Das lief ja super! Oh Mann! So! Das ist Notasche 1! Weg damit! Hier hin! Not... Asche... 1! Ah ne! Not 1 hab ich's genannt, ne? Not 2! Gut! Gut! Alles klar! Dann nach unten! Und unsere Sachen wieder geholt! Scheiße! Das sind vor allem richtig viele Askwins, ne? Oh oh! Hätte ich mir vielleicht mal ein bisschen... ...was mitnehmen sollen! Aber... Ich glaube, das kriegen wir schon hin, wenn ich... ...einfach... Ich lauf mal! Und wenn ich einen Feind sehe, mach ich sofort Akteur an! Draußen fahren! Ja, das kann ich auch gleich noch sammeln! Hier lang... Da sind wir gestorben! Ey, wie sind wir denn gerannt? Eine Ahnung! Gut! Hier rüber! Und... Ich mach jetzt ab, ne? Ja! Da sehe ich Feinde! Hingerannt! Aufgesammelt! Und nix wie weg! Die Askwins sind hier bestimmt noch! Oder sind die abgehauen? Das wäre super nett! Lauf, 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 lauf! Lauf! Die Sachen hier alle wegschmeißen! Und... Zack! Wow! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich will mal kurz hier mich irgendwo in Sicherheit bringen! Ich will allerdings nicht zu weit gehen, um nicht wieder tausende Feinde aufzuscheuchen! Schnell! Ein Geier! Na toll! Ich hau mal ab hier! Ich weiß, es fehlt noch ein Kleidungsstück, glaube ich! Ich geh mal hier drauf! So! Ich hör mich schon mal um die Geier! So! Dann hau ich ab! Energieschild natürlich! So! Und wir sind wieder am Rennen! Ich glaube, mir fehlt noch ein Kleidungsstück! Ich weiß es nicht! So! Verprügelt die mal bitte alle! Ja! Mir fehlt noch der Gürtel! So! Geh mal hier hin! So schön verprügelt! Da! Er ist Stunt! Tschüss! Ja, der Kleidungsstück ist auch Standard! Toll! So! Schön draufkloppen! Sehr gut! So! Hätten wir das! Hätte ich mal eben gerade machen sollen, ne? Dieses Weglaufen bringt überhaupt nichts! Na gut! Ich sammle mal den Stuff hier auf! Außerdem das hier! Und ich hab da auch was weggeworfen, ne? Bei meiner Leiche! Das Straußenfaden hier! Sehr gut! Der! Der Straußenfaden! Nicht das! So! Gut! Dann kann ich die Leiche hier entfernen! Und wir können wieder zurück! Oh Mann! Was ein Krampf! Aber was soll's! So! Erstmal die Sachen saven! Würde ich sagen! Und dann würde ich nämlich auch ganz gerne hier zu diesem mysteriösen Ort einmählich mich mal begeben! Aber eins nach dem anderen! Halt! Die Pilze hier noch mitnehmen! So! Und außerdem lag hier glaube ich auch noch ein bisschen was! Und ich mach' ich platt! Tschüss! Den Loop nehm' ich mit! So! Hier sind bestimmt auch wieder Feinde! Geh' ich mal stark von aus! Oh! Straußenfaden! Pilz! Jedenfalls! Sehr gut! Oh Alter! Wie viele Pilze hier sind, ne? Voll geil! So! Da auch noch Pilze! Kann ich nicht liegen lassen! Hör damit und hör damit! So! Hätten wir das! Ja und dann würde ich sagen, hauen wir mal ab hier! Und bringen wir die ganzen Loot weg schon mal! Ne! Da hinten ist noch was! Sowohl Pilze als auch Straußen fahren! Hör damit! Und da sind Asquins! Die muss ich außerdem auch killen! Stimmt! Ich muss die Asquins killen! Weil sonst... Ähm... Spawnt ja... Nicht einer nach, der eventuell einen Stern hat, ne? Deswegen mach ich mal hier... So! Verprügelt die mal bitte! Dann kriege ich die mal ein, damit die nicht abhauen! Und ihr könnt schön draufkloppen! Und du da hinten hältst doch schön die Klappe! So! Den Loot können wir ebenfalls gut gebrauchen! Vor allem die Haut! So! Da liegt noch was! Was ist das denn? Ne Trophäe! Da schmeiß ich mal Stein weg! So! Tschüss! Und den Loot hier auch noch! Sehr gut! Fliegt hier! Draußen! Ja, das kann da liegen bleiben! Dann würde ich sagen... Wollen wir die anderen Asquins auch noch killen? Ja, ne? Muss ich! Muss ich! Sonst komm ich hierher und da... Spawnt keiner nach! Mit zwei Sternen! Daneben! Tschüss! Sehr gut! Den Loot haben wir komplett aufgesammelt! Und dann geh ich mal wieder zurück! Nichts wie weg hier! Ich weiß, da hinten sind vielleicht auch noch andere Asquins in die andere Richtung! Obwohl, ne, ne? Da waren wir ja gerade! Ich glaube, wir... Wow! Nein! Ich bin beiseite gerutscht! Dreist! Wann mal! Ne, das lasse ich lieber! Ich habe gerade überlegt, da unten eine Wurzel hin zu ballern, aber ich habe Angst, dass die Wurzel auch andere Sachen kaputt macht! Warum bin ich denn gerade beiseite gerutscht? Ich glaube, weil ich hier bei so einer Kante war, ne? Kein Plan! Wie auch immer! So! Und dann durch! Hervorragend! Rübergelaufen! Und den ganzen Stuff losgeworden! Ja, ist doch schon ordentlich was zusammengekommen! Hä? Habe ich den Güttel immer noch nicht angezogen? So, jetzt aber! Gut! Und ich habe keine Ahnung, wo das Reiseportal war, aber da würde ich auf jeden Fall weiterziehen! Wir haben es ja noch nicht mal Mittag, ne? Ja doch, wir haben gerade Mittag! Dann würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit! Und wir gehen auf Reise, mal gucken, wo wir waren! Hier waren wir, hier sind wir sogar zweimal schon bei Note 2! Gar nicht weit weg von Note 2! Ja dann! Huch! Oh! Jetzt habe ich das Ding dabei! Ja, wie viel soll's! Sag mal! Lass du mich wohl in Ruhe! So! Und wir müssen nach da gehen, dann tue ich das auch! Warum bin ich denn hier Richtung Küste gelaufen? Was war denn da mit mir los? Keine Ahnung! Und natürlich, wenn wir solche Höhlen finden, würde ich die auch mitnehmen! Ich gehe mal lieber über das weite Land, ne? Da haben wir besseren Überblick! Der da verfolgt mich, der Askwin, nicht! Ich gehe mal hier hin! Lauf mal zurück zu unserer Base! Erstmal! Da fühle ich mich nämlich safe! Kreis! Trotzdem getroffen! Okay, dann gehe ich halt weg! Hui! Fast nochmal getroffen! Laggitylag! Oh oh! Noch ein Askwin! Ich hau schon ab! Sieben! So! Und dann mache ich mal hier ein paar von denen, ne? So! Ein bisschen hin und her jumpen! Und nie mal rein! Und dann verprügelt man ordentlich! Und noch ein! Hahaha! 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 Und noch ein! Von allen Seiten! Oh Mann! Da tut mir irgendwie leid! Aber andererseits auch nicht! Weil die wollen mich ja umbringen! So! Und nochmal! Hahaha! Der wollte mich gerade anjumpen! So! Hervorragend! Die haben wir alle gekillt! Dann her mit dem Loot! So! Und das hier! Puh! Dann gucke ich mal kurz! Wir sind bei unserem Note 2 Portal! Das ist super! Dann gehe ich mal hier lang! Drumherum! Da haben wir vielleicht Straußen fahren! Ne! Gut! Ja! Dann hier lang! Ich habe übrigens gehört! Diese hier sollen Bronze geben! Das ist sehr gut zu wissen! Doch schon sehr interessant! Aber gut! Ich erinnere mich, dass hier ein Lavasee war! Wir müssen ja aber irgendwie nach hier unten kommen! Ich versuche mal hier durch! Vielleicht finden wir da ja irgendwie einen Weg! Ich hoffe es zumindest! Wie ist mit Gewicht? Ja! Wir haben das Portal dabei! Das ist das Wichtigste! Und ansonsten den klassischen... Ja! Das hier ist jetzt natürlich schade! Den habe ich eben gerade nicht gesehen! Der hat Aufmerksamkeit auf mich! Der wird nicht Ruhe geben! So! Tschüss! Da ist auch das Erz, ne? Ah! Da ist noch ein Asquin! Ich gehe mal einfach um den Stein rum! Und meine Dinger machen das schon! Ich liebe diesen Stab! Der ist so geil, Alter! So! Tschüss! Tschüss! Zum Glück haben wir den abgegradet! Auch wenn es zwei Jahre gekostet hat! Die haben sich sehr gelohnt! Weil jetzt machen die... Also... Die machen jetzt nur 50% mehr Schaden! Was ist das denn? Ist das auch eine Festung? Ne, da wäre doch ein grüner... Ein grüner Strahl, ne? Wow! Hier ist Lava! Vor dicht! Ich schau mal hier rüber! Wow! Wow! Hey! Ganz ruhig! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 nein! Uiuiuiui! Oh, hier ist ein Spawner! Ups! Nein! Nicht schon wieder! Ihr verdammten Penner, ey! Ihr kommt immer von allen Seiten! Oh, Mann. Mann, Alter. Wieso kommen wir doch nie voran, ey? Das ist doch nicht wahr. Wir sind eben gerade... Wie weit sind wir jetzt gelaufen? Da. Wow. Wir müssen nach hier unten. Kann ich pennen gehen? Ja, gute Nacht. So, guten Morgen. Und nach unten gerannt. Scheiße, ey. Ich hoffe, ich habe eben gerade keine Fähigkeiten verloren, als ich gestorben bin. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ihr werdet es gerade wissen, aber ich habe keinen Plan. So, wie auch immer. Rein damit, rein damit und let's go. Halt. Med. Das hier, das hier, das hier. Und let's go. Oh, ja. So. Ich spare mir das jetzt mal, Sachen zu sammeln. Und wir müssen zu Not 2, ne? Glaube ich. Das ist Not 3. Das ist Not 2. So, und ich hoffe mal, wir kommen da jetzt einfach ohne Probleme rüber. Ich weiß es natürlich nicht. Ich hoffe es. Wo war denn die Treppe? Auf der anderen Seite, ne? Och, nö. Gut. Dann würde ich sagen, tschüss. Und ich hoffe, sie macht das Portal nicht kaputt. So, bitte das Portal nicht kaputt gemacht haben. Sehr gut. Ja, das wäre schon, glaube ich, disconnected, wenn es so wäre. Ich laufe nach oben und hole mir mal ein... Oh. Flusti, du bist der Weg. Dann hole ich mir mal hier meinen Stuff. Gut. Stuff vor allem. Stab. So, das hier. Dann den auf die 4, den auf die 1, den auf die 2. Und einen Hammer nehmen wir mit. Falls er da irgendwas kaputt macht. Und dann hängen wir da und haben kein Portal, ne? Ihr wisst schon, das mache ich auf die 5. So, Energieschild. Und dann machen wir ein Blatt. So, wo bist du, Mistvie? So, da war die Gewalbe. Und dann machst du dein Feuer-Shit. Auf Wiedersehen. So. Gott sei Dank können wir hier immer schön um diesen Durm rum. Aber natürlich kann er mit seinen Feuerdingern auch theoretisch durch die Wand treffen, ne? Und unser Portal kaputt machen. Oder das da kann das Portal zerstören. So. Ja, ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Einmal mit Kreis gerannt. Oh, Ascheholz. So, das war's. Tschüss. Dann her mit deinem Loot. So. Und so. Haben wir die Himmelsfedern. Gott sei Dank. Und dann gehen wir zu unserer Leiche. Mann, da machen wir ja richtig Progress. Ich halte schon mal die Klappe. So, dann hier lang. Und natürlich, wenn Feinde da sind, kümmern wir uns erst um die. Damit wir nicht wieder umzingelt sind. Da ist einer. Krass ist, wenn sie mich trotzdem treffen. Mann. Ich bin doch ausgewichen. Verdammt. So. Da, das war halt nicht. Trotzdem noch getroffen. Gut. So, du stirbst. Sehr gut. Du stirbst. Aber da waren Spawner, glaube ich, wo wir gestorben sind, ne? Piu. So. Warum regeneriere ich denn so langsam? Ich bin wieder so ungeduldig wahrscheinlich, ne? Ach, wie sieht's ja da. Und hier waren richtig viele Feinde. Aber ich glaube, ich habe denen schon zu großem Teil ordentlich Schaden zufügen können. Da sehe ich auch Astwin Stuff. Was liegt hier? Verkutter Knochen. Da ist noch der Astwin. Na, warte. Tschüss. Deinen Loot, bitte. Vorsichtig. Vor allem, dass hier nicht irgendein Vieh von hinten ankommt. Dass er richtig dreist. Na los. Das. Und. Das. Wow. Okay. Das ist so einer. Äh. Ich hole mal mein Stuff. Ich hole mal ab. Geh da oben auf den Stein drauf, ne? Hm. Da kann ich mich erstmal umziehen. Umziehen. Zum einen. Und außerdem mache ich hier mein Portal hin. So, da kommt er. Ich nehme gerade den schlechteren Start, ne? Deswegen brauche ich, glaube ich, auch ein bisschen länger. Alter. Warte mal. Ja, den anderen habe ich nicht aufgesammelt. Sag mal. So, dann kann es schon mal ein bisschen brennen. Und haut er auch ab, ne? Ich mache mal hier das Portal hin. Schnell. Oh, ich habe die Sachen für das Portal nicht aufgesammelt. Warte, dann mache ich das anders. Ich schmeiße hier die Sachen runter. Alter. Nein, 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 nein. Hui, ui, 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 ui. Energieschild vielleicht. So. Ähm. Und außerdem. Das hier, das hier, das. Ich könnte den Troll beschwören. Das lasse ich mal lieber bleiben. So. Den mache ich platt. So. Dann schmeiße ich auch die Sachen hier hin. Und ich hole den Rest. Los, 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 los. Zack. Und tschüss. Ach, wir haben immer noch Leichen drauf. Sehr gut. Dann komme ich hier auch ohne Probleme hoch. So. Dann die Feinde. Ich brauche schon mal das Portal. Nebenbei. Oh. Ja, das war jetzt nicht so klug. Scheiße. Jetzt habe ich seinen Stein gebaut. Alter. Lass mich in Ruhe. So. Scheiße. Komme ich da rein? Probier es mal. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, weil wenn ich das jetzt abreiße, fallen die Sachen runter. Spitzhacke. Mann. Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Verdammt nochmal. So. Er kommt wieder natürlich. Tschüss. So, und jetzt schnell. Spitzhacke. Weil ich kann das Ding jetzt nicht abreißen. Verdammt. Los, mach hinne. So, da komme ich jetzt rein. Mit dem ganzen Stuff und hindurch. So, laggedy lag. Let's go. Runter damit. So. Dann den. Das, 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 das. Diese ganzen Sachen schmeiße ich mal hier hin. Weil ich weiß nicht genau, ob ich vielleicht nachher nochmal sterben. Deswegen lasse ich das mal alles da liegen. Und ich spare mir auch das Reparieren und so. Dann gehe ich nochmal zurück und hole den Rest. So, die Sachen haben wir schon mal. Da ist wieder ein Krieger natürlich. Ist auch einfach stehen und klicken. Also geklickt halten. Und mehr ist nicht zu tun. So. Ist jetzt schon wieder los. Da höre ich schon wieder Viechers. Kein Plan. Aber wir haben alles, ne? Ja. Gut. Dann gehe ich jetzt zurück. Und erst mal pennen. Halt. Und die hier muss ich erst mal klären. Na, wie schön, Alter. Hui. So. Der ist schon mal down. Oh. Ja gut, komm. Was soll's. Ich gehe durch. So. Rüber gerannt. Dann den ganzen Stuff weg. Das hier hin. Das. Das. Der kommt hier hin. Das kommt weg. Das kommt weg. Dann die Rüstung. Hier hin. So wie der Hammer. Und natürlich stimmt. Das kann ich hier wieder reintun. Den hier. So. Und dann gehen wir eine Runde Ratsen, würde ich sagen. Wie spät ist es? Haben wir es erst mittags? Stimmt, ich fahre da erst pennen, ne? Wollen wir noch ein bisschen weiterziehen? Oder lieber schlafen gehen? Ne, komm. Wir ziehen weiter. Let's go. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020